Es gibt etwas, das jeder von uns gerne fühlen möchte. Geliebt zu werden, ohne darum bitten zu müssen. Jeder von uns besitzt diese tiefe Sehnsucht. Nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber. Geliebt zu werden ist also einfach. Verschenke deine Liebe. Bedingungslos. Dann erhältst du sie zurück. Und zwar ebenfalls bedingungslos. Behalten wir unsere Liebe, werden wir immer auf eine Welt treffen, die ihre Liebe für sich behält. Verschenken wir unsere Liebe, wird der wohlige Mandel der Liebe sich auch um uns legen.